Willkommen bei Finance Experience. Im heutigen Video sprechen wir über neue spannende Aussagen von Professor Max Otte. Max Otte spricht unter anderem über die dramatische Situation in der wir uns gerade befinden und kündigt dabei für Deutschland ein bitterböses Erwachen an. Wenn ihr erfahren wollt welche Befürchtungen der Ökonom hat und was er für Deutschland erwartet, dann bleibt unbedingt dran. In einem Interview bekräftigt der Autor Max Otte, dass für Deutschland nun der Totalabsturz kommt. Die aktuellen zwangswirtschaftlichen Maßnahmen sowie massive Staatsinterventionen werden am Ende die Abwärtsspirale nicht aufhalten. Diese schockierende Aussage begründete er wie folgt. Zitat. Also das sind meistens langfristige Trends, die sich dann irgendwann materialisieren. Wir haben natürlich schon lange einen relativen Rückgang in unserem Standing in Wissenschaft und Technik. Die Bildung ist nicht mehr da wo sie mal war, die Wettbewerbsfähigkeit, es kommen die Energiekosten dazu. Und was jetzt natürlich passieren wird ist, dass viele energieintensive Betriebe noch abwandern werden, in der USA wird schon offen geworben, kommt doch zu uns. Der Mittelstand ist auch schon ausgedünnt, aber er ist noch da, es gibt noch funktionierende Kerne. Wenn das weg ist, wenn's noch an die Automobilindustrie geht, und das ist völlig klar, dass da eine massive Bereinigung stattfinden wird, dann werden diesem Land, dieser Industrienation, die wir immer noch sind, die Existenzgrundlagen entzogen. Und das beste Beispiel ist, dass uns Russland vor einigen Tagen oder zwei Wochen, also in den letzten zwei, drei Wochen überholt hat. Russland ist jetzt vom BIP her größer als Deutschland. Zitat Ende Vor 25 Jahren war Deutschland schon einmal der kranke Mann Europas. Die Kombination aus Wiedervereinigung, einem stagnierenden Arbeitsmarkt und einer nachlassenden Exportnachfrage belastete die Wirtschaft, und es folgte eine Arbeitslosigkeit im zweistelligen Bereich. Erst nach einer Reihe von Reformen Anfang der 2000er Jahre kam es zu besseren Zeiten, und das Land wurde zur Exportmacht. Inzwischen sehen die Prognosen alles andere als rosig aus, eine weitere große Frage ist zudem, wie es mit der Industrie tatsächlich weitergeht. Die Wirtschaft hat nicht nur das Gefühl, dass nichts gegen die Deindustrialisierung getan wird, sondern viel schlimmer, dass die Regierung überhaupt nichts tun will. Themen wie das Gebäudeenergiegesetz, Kindergrundsicherung, die Debatte ums Elterngeld und Ehegattensplitting, oder auch das Wachstumschancengesetz, zeigten in den letzten Monaten ganz deutlich, dass die Ampel vor allem gegen und nicht miteinander arbeitet. Doch die Probleme liegen nicht allein an der aktuellen Politik, sondern auch in der Vergangenheit wurden Fehler gemacht. Max Otte erklärte hierzu folgendes. Zitat Kohl hat schon viele Fehler gemacht. Also bei Kohl gibt es Licht und Schatten in der Persönlichkeit, auch in dem was er geleistet hat, natürlich trotzdem ein großes Lebenswerk. Da gab es viele Fehler, die hat dann zum Teil Gerhard Schröder korrigiert mit der Agenda 2010, auch mit dem Nordstream-Projekt, auch mit vielen anderen Sachen. Und Merkel hat davon gelebt und hat Substanz gezehrt. Und jetzt wird nicht nur Substanz gezehrt, sondern die Politik, die wir jetzt haben, die ist fast selbstmörderisch. Zitat Ende. Vom grünen Wirtschaftswunder, welches von der aktuellen Regierung versprochen wurde, ist derzeit leider gar nichts zu sehen. Die Herausforderungen rund um den Industriestandort Deutschland lassen sich allerdings nicht weiter aufschieben. Die Ampel will deshalb offensichtlich in der zweiten Halbzeit 2023 einen Schwerpunkt auf Wirtschaftspolitik legen, dazu gehöre auch laut Scholz eine gezielte Fachkräftegewinnung. Damit das läuft im Laden Deutschland, so Scholz. Doch vielmehr ist die Politik aktuell dabei, die eigene Industrie durch eine hysterische Klimapolitik zu ruinieren. Zudem sind wir damit auch ein Negativbeispiel für die ganze Welt. Nachdem in Deutschland nun in Rekordzeit Kraftwerke stillgelegt wurden, sinkt zukünftig die kalkulierbare Energiemenge. Zwar steigt aktuell der Anteil des Stroms aus erneuerbaren Quellen, jedoch liefern Windräder und Photovoltaikanlagen nur Strom, wenn der Wind weht oder die Sonne scheint. Das führt natürlich zu Problemen, so dass unter den aktuellen Umständen die Versorgungssicherheit in Deutschland nicht dauerhaft gewährleistet werden kann. Stromrationierungen scheinen hier das Mittel der Wahl zu sein, auf das wir uns augenscheinlich alle einstellen müssen. Dabei verdeutlichen zahlreiche Experten, dass die Forschung in diesem Bereich einfach noch nicht so weit ist. Aktuell gibt es nur die Möglichkeit über Pumpspeicher, Strom aus Sonne und Wind wirtschaftlich zu speichern, doch hier besteht nur ein begrenztes Ausbaupotenzial. Aus diesem Grund wird an alternativen Speichertechnologien geforscht, deren Entwicklung aber noch Jahre oder gar Jahrzehnte dauern kann. Auch Professor Max Otte kritisiert besonders die Energie- und Klimapolitik. Zitat. Ich bin natürlich völlig anderer Meinung. Wenn man dieser Meinung ist, man muss das Klima retten, kann man ja sein. Es ist natürlich eine sehr starke Meinung, die da vorgetragen wird. Wie weit wir mit einem Weltenergiebedarf von 2% in Deutschland dann da wirklich einen Beitrag leisten können, ist das andere. Jetzt kann man sagen, Vorbildfunktion. Sehe ich alles anders. Gut, nehmen wir das mal hin. Aber dann führt es dazu, dass diese Energie- und Klimapolitik, dass Deutschland natürlich systematisch sich die eigenen Existenzgrundlagen abgräbt, dass wir teure Energie haben, dass wir die bestehenden Kraftwerke abschalten, und das treibt ja ganz man möchte schon sagen paradoxe bis perverse Blüten. Da zum Beispiel Frankreich sechs Atomkraftwerke baut, zur Deckung des deutschen Energiebedarfs, weil wir unsere abschalten. Zitat Ende. Vielmehr fordert der Ökonom eine Umkehr dieser Energiepolitik, und mehr Maßnahmen in der Wissenschafts- und Bildungspolitik. Selbst der Bundesrechnungshof gab bei der Frage zum Klimaschutz keine Ruhe. So wurde zum einen kritisiert, dass die Bundesregierung zwar Milliarden investiere, um die Klimaneutralität zu erreichen, zum anderen wisse sie aber nicht, wie erfolgreich diese Investitionen überhaupt sind. Bundesrechnungshof-Präsident Kai Scheller Schluss folgerte, die Bundesregierung muss abklären, was Klimaschutz kostet und ob er wirkt. Darüber hinaus zählte der Bundesrechnungshof Beispiele auf, wie der Bund seine eigene Klimapolitik untergräbt. So etwa durch die jährliche Senkung der Luftverkehrssteuer, oder auch durch das Anmieten von immer mehr Büroflächen. Und was denkt ihr? Liegt Professor Max Otte richtig mit seinen Einschätzungen? Schreibt uns dazu unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, sodass ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald! Euer Team von Finance Experience 4. Fuck it! erds! wie süara ähn an ähn ä ä und ä ä em ä ä ä ä j ä Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018